Diese fünf Bilder, die ihr jetzt sehen werdet, verstehen nur Jungs und Männer. Um zu starten, mach einfach einen Double-Tap auf dein Screen und hier haben wir schon das erste Bild. Und ja, die roten Zonen, die werden heiß. Die müsst ihr öfter waschen. Und die ungebrochene Stehklo-Regel. Also wenn du der Typ bist, der sich genau hier hinstellt, bist du einfach uncool. Und das Bild hier ist vielleicht ein bisschen komisch, aber sagen wir einfach mal, der Strahl teilt sich manchmal in zwei Strähle. Und auch das hier ist Standardwissen, Leute. Vor allem, wenn man mitten in der Nacht aufs Klo geht, muss man immer dahin zielen, wo es extra leise ist. Oh, und ich bin zwar ein Kerl, Leute, aber das Bild hier, könnt ihr es mir in den Kommentaren erklären?